In 8 Minuten kommen die Rewards. Was geht ab? Wie geht's euch? Ihr habt jetzt gestern ausgehalten, ohne Stream war okay oder war fatal? Nicht einfach Rewards alleine öffnen, ladet ein. Krass, wie viele Leute eingeladen haben. Verrückt. Division 3. Okay, 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 okay. Division 3. Heide, let's go. Ey, 48 Spurspicks können eigentlich auch scheppern. Wie bei Xbox geht nicht. Nein, nur play sie. Ah, okay, okay. Ter Stegen oder Walker. Walker kostet schon 100k, das ist krass. Ja, und Araujo. Araujo ist safe auch was wert. Hatte man das Araujo? Waschbär? Ey, die 250k-Packs da vorne sind noch, schmecken noch. Ja, das ist ein Quatsch. Wieder kein Walkout. Aber er skippt auch nicht, ne? Oder er weiß nicht, wann es Walkout ist. Oder war das ein Walkout? Wenn das ein Walkout ist, ne, dann spricht das auf jeden Fall nicht für die Korn. Es war einfach ein Walkout, ich hab's nicht gesehen. Okay, wir gucken noch ein Pack zu, wir müssen dann weiter. Aber warum öffnet er die 35k-Pack, wenn er die 50k-Packs öffnen kann? Vegas, danke schön fürs Öffnen. Vielen, vielen Dank. So, Division 3 Bonus-Upgrade. Hi, die Simi. Let's go. Okay, die Picks, mal sehen. Lass mal sehen. Oh! Hey, die Picks sind krass. Die Picks sind richtig krass, Chad. Und, was gibt's noch? Ja, ich renne. Ich renne ab, klar. Hi, die Simi. Haben nur Division 4, kann ich trotzdem öffnen? Lade ein, Milan. Warum nicht? Habe ich noch ein bisschen mehr Packler kamen als ich. Neue Taktik ist 10 von 10. Stark. Aha. Inform-Pack. Walkout. Nein, nein. Ich hab kein Plan, wer das ist. Wer war das? Ruben Neves. Ey, Chad, ist bei Elite Rewards mein Inform-Pack auch ein Pack oder ein Pick? Wisst ihr das? Ey, wieder Walkout. Stürmer. Lewandowski oder Pajor? Lewandowski, Pajor? Einfach beide sind jetzt bei Barca. Erstmal Ruben Dias, okay. Ich glaub, bei Elite ist es 3er Pack. Und Lewandowski. Stark. So, vielen Dank fürs Öffnen, das sehen wir hier. Division Rewards sind ja richtig krass. Ich glaub, Weekend League Rewards sind auch krass. So, 35k-Pack. Kein Walkie-Talkie, leider. Inform. Kein Walkout. Eigentlich mal jemand, der meinen Namen aussprechen kann. Ja, normal. Meine Finger wollen diese Woche schon WL zocken. Ne, ne, ist schon gut, dass nochmal eine Woche dazwischen ist, sag ich. Also, mein Plan ist heute, dass ich so bis 15, 16 Uhr live bin. Aber, ich hab halt 4, 5 Stunden nur geschlafen. Ich weiß nicht, ob ich das auch aushalten kann. Also, heute erwartet nicht zu viel von mir. Viel, viel Dank fürs Öffnen, Tufan. Dankeschön. Ja, ich muss sagen, die Picks sind... Ich check das nicht. Wie viel kostet Layout mittlerweile? Ui. Walkout. Saliba Track gezogen. Stark. Walkout Deutschland. Torwart Ter Stegen. Stark. Ey, der Arme, Digga. Das ist einfach... Der ist das erste Mal Trainer. Er ist das erste Mal Nummer 1 bei deutscher Nationalmannschaft. Also, der ist einfach verletzt. Meter high rated steigen. Der Rest sinkt. Aha, Walkout. 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 Warum sollte er immer wieder sinken? Der Typ ist der Bestspieler mit Abstand. Aber der ganze Markt... Ist das Mensch? Ey, Chat. Ich wollte schon sagen, Digga. Barela. Chuamini. Dankeschön, Uscham. Auch für deine Packs. Vielen, vielen Dank. Für euch wäre es wahrscheinlich kramp. Ja, Hegerberg. Hedger. Hedgerberg. Ja, so 3, 4, 5. Aber dann ist der Durchschnitt eher so bei 4. Aha, Walkout. Stürmer. England. Kane. Stark. Sollte euch wir heute verkaufen, weiß ich nicht. Sagst du 4 ist genug? Ja, 4 ist anscheinend dann das, was viele Leute aktuell sind, ne? Ja, stabil, stabil. Kann man machen. Aber FIFA 19 war E-Sports ganz bestimmt nicht tot. Zum Beispiel. Es ist leider nur so, dass FIFA 18 war E-Sports auch nicht tot. Sehr schwer. Ist doch nicht so schlimm, oder? Also ich habe das Abdallah erzählt, der meinte, Bruder, geht's dir gut. Ich habe gesagt, hä? Verstehe ich nicht, die Frage. Bayern Batzi, denkst du für deinen Follower? Warte mal. Premier League, Brasilien. Walkout. Ich habe immer noch keine Ahnung, wer das sein kann. Hä? Aber ey, Doppelwalkout ist stark. Dachte ich, die sind deine. Ja, das ist eh der letzte. Sonst habe ich eh keine Einladung. Dann nehmen wir das noch mit. Guten Morgen zusammen. Raffin, ja, kauf nicht mehr auf den POTM warten. Boah, Theo Hernandez, Gold ist geil. Hey, Jet, welche Rewards nehme ich? Bin ein bisschen überfordert. Elite. Elite Division Rewards. Elite Division Rewards, okay. Gibt es eigentlich auch wie letztes Jahr so verschiedene Faktoren, also verschiedene Optionen, die man wählen kann? Gibt keine. Das heißt, es gibt einfach nur eine Option und das war's. So, 75.000 Münzen bekomme ich. Das ist schon mal schön. 75 mal 75. Oha. 75 mal 50 ist auch verrückt. Megapack. Zweimal 83 plus Team of the Week Pack. Und zweimal 85 plus Pack. Das sind die Wochenbonis. Und wo ist mein Bonus? Wo ist mein Bonus? Bonus, Bonus. War es das schon? War Bonus an. Ja, das ist gut. So, wir gehen rein. Ich habe Angst. Let's go. Bereits im Business MAP. Ich habe gedacht, Jet. Ah, da kommen keine Icons. Guter Call. Nächster Pick. Ja, war mal wieder ein Satz mit X. Verrückt. Okay, wir gehen erstmal ins 35er. Ja, im 35er keine Walker. Also, ich könnte schwellen. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben im 35er was krasses gezogen. Okay, ich gehe in die 100 Kfx rein. Walkout. ZDM. Ist so hype vorbei. Rotri. Hi. Paredes? Ähm. Nein. Hier. Die habe ich doch auch. Patri. Ja, okay. 40k sind 40k. 40k sind 40k. Inform auch noch. 40k sind 40k. So. Nächstes 100k. Guck mal, gib mir wieder Walkout. Ich bin zufrieden dann. Ich bin gar nicht zufrieden, Digga. Ihr habt mich verarscht. Ihr habt mich verarscht. Ich dachte, die Rotten sind krass. Aha, ey. Uh. Es ist zwar noch nicht live, aber anscheinend in meinem Pace. Okay, 83 plus. Kein Walkout. Mittelstädt. Ah, die sind aber nicht straight. Okay. Betonwischer. Danke für den Follow. So, das gibt es hier. Walkout, bitte. Ja, okay. Ja, Son. Mbappé. Ich weiß nicht was. Wer zur Hölle ist das? La Cassette. Paris FC. Ich weiß das immer noch nicht. Matteo. Ja, natürlich weiß ich das nicht. Bruder. Was macht ihr da? Warum wirft ihr einen Einwurf? Hallo? Ey, Matteo. Wir gehen rein. Walkout. Okay. Alles andere wäre auch fatal. Okay, okay. Sag mir Doppel-Walkout einfach. Jan Sommer und? Jan Sommer und? Cancelo. Ja, stark. Stark. Ja, Chad. Also, ich muss sagen, gar nicht mal so krass. Drei. Zwei. Eins. Pizze. 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 Walkout. ZOM. Portugal. Bruno Fernandes. Also, wenn es jetzt so Bruno ist, dann ist es fatal. Ich bin enttäuscht. Ich bin geisteskrank enttäuscht. Ja, ja. Ich glaube, Chad, das Shoppack muss regeln gleich. Ich glaube, das Shoppack muss regeln. Ich gehe mal in 150k-Pack rein und dann komme ich direkt in die Rewards. Let's go. Walkout. IV. Deutschland. Jonathan Tarr. Nein, nein. Also, ich werde heute nichts ziehen. Ich habe das schon akzeptiert jetzt. Ich habe jetzt akzeptieren müssen leider, dass das nichts wird. Jonathan Tarr. So, nächstes 250k-Pack. Wo ist meine Icon eigentlich? ZOM wieder, Bruno. Deutscher. Wird's. Ey, Info. Wird's. Musiala. Jamal Musiala. Okay, da müssen wir einmal klatschen, Chad. Jamal sieht interessant aus. Also, Leute, es könnte echt big sein, wenn ich in Ginola komme, ne? Für mich. Oh. Ja, ja. Touré ist auch nicht schlecht. Ja, ja. Touré ist auch nicht verkehrt. So, zweimal 4-8-plus-Pick. Okay, zwei Info. Das ist auch stark. Das ist nicht schlecht. Ja, ich glaube, Schlotterbeck ist sogar gut. Team of the Week-Pack. Walkout. Portugal. Und wieder. Also, Chad. Ich glaube, wenn Walkout ist, ist immer Ruben Neves. Also, macht euch keine Hoffnung. Immer, wenn Walkout ist, ist Ruben Neves kommt. Bei Eingern 5 mal gekauft für 350k. Jetzt ist der 385k wert. Geht aber nicht rein, vertraut. Morgen 17 Uhr, günstigste Punkt. Einzuleger? Ich freue mich auf morgen. Dann können wir ja die Kinder spielen in Casual Division. Wird einfacher. Neu, sie vielen Dank fürs Öffnen. Soll ich die Points aufbewahren für morgen? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, Points aufbewahren macht Sinn. Einsamer Wolf, lauf den Weg ganz allein. Denn der Glaube an mich selbst, wird mein Weg weiser sein. All die...